Servus Leute, I'm Black aus der Sommerpause, war ein bisschen im Urlaub, lag oft in der Sonne. Seht dadurch zwar nun auch aus wie Anakin am Ende von Star Wars Episode 3, aber nun bin ich wieder grunderholt und hab viel Energie gesammelt für tolle neue Videos. Also aktiviert die Glocke, um keinen Gottesdienst mehr zu verpassen und dann legen wir doch gleich mal los. Wenn ich die Wahl habe zwischen einem Happy Meal von McDonalds, einem Sandwich vom Subway, den Burgern von Burger King oder eine Pizza vom Pizza Hut oder 15 geschlachteten Hühnerbeinen in einem Eimer, dann würde ich zum Essen immer noch lieber ein asiatisches Buffet besuchen und mir den Magen für 8,50 Uhr im Mittagsangebot mehr vorschlagen als Rainer Kallmund. Aber wenn es mal Fastfood sein sollte, dann gibt es nur einen Place to be, die Dönerbuden. Und während sich bei den anderen Meinungsblogern alles nur über andere YouTuber dreht, dreht sich bei mir diesmal nur der Dönerspieß. Und damit herzlich willkommen auf ungeschminkter Blackscreen, dem etwas anderen Meinungsbloggerkanal. Heute reden wir über Döner und das diesmal im absolut positiven Sinne. Mir ist es in diesem Video vollkommen egal, ob der Döner nun eine deutsche oder türkische Erfindung ist oder ob Rind, Hack oder Rattenfleisch verwendet wird und ob er einen Döner nun schöner macht oder nicht. Und nein, schöner macht er nicht, sonst würde ich schon lange wie Kuchentv vor der Kamera herumhampeln. Aber egal. Das ist vollkommen nebensächlich. Heute möchte ich einfach mal ein Loblied auf die Dönerbuden anstimmen oder wie man als echter Gourmetkenner sagt, über das Dönieren. In Großstädten findet man mittlerweile an jeder fünften Straßenecke eine Dönerbude. Und man weiß überall, was man bekommt. Ein Fladenbrot gefüllt mit Fleisch, Salat, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und dazu 40% Schafe und 80% Knoblauch. Und in den meisten Fällen schmeckt es immer geil. Für quasi 4 Euro spielt man die Nahrungspyramide komplett durch. Alleine dieser Moment, wenn der Dönerverkäufer das Fleisch schneidet, sorgt dafür, dass bei einem dermaßen das Wasser im Mond zusammenläuft, wie bei einem Veganer sonst nur beim Rasenmähen. Ein Biss in einen Döner ist wie eine Reise mit der türkischen Fluggesellschaft Dönerhebap in den siebten Himmel des guten Geschmacks. Eine Dönerbude ist für dich immer da. Egal wie spät du abends in der Stadt unterwegs bist, egal wie gut das Date verlief, die Party am Hasseln war, ob du nun jemanden abschleppst oder nicht, dank den Dönerbuden gehst du nie alleine nach Hause. Das gibt es sonst nur bei den Mädels am Frankfurter Bahnhof. Dank des Döners wirst du immer was Warmes in deinen Händen haben. Jo, Oli, gefällt das. Und egal ob Döner, Ali, Zara, Döner, Lokatina, Jerusalem oder City-Döner, noch keine Dönerbude hat mich jemals enttäuscht. Und auch wenn du nach dem Knoblauchlastigsten Döner aus dem Maul stinkst, sodass du die nächsten vier Tage Zungenküsse vergessen kannst und du Hausverbot beim Zahnarzt riskierst, satt bist du danach immer. Während die Hamburger in McDonalds immer speziell gesüßt sind, dass du von diesen nicht satt wirst und so immer ganz viele Burger verdrücken musst, um ein Sättigungsgefühl zu haben, beim Döner ist es anders. Da bekommt man einfach für einen fairen Preis etwas, das den ganzen Alkohol vom Feiern aussaugt. Und während beim Subway in 10 Schritten plus Bedienungsanleitung allmählich ein Sub entsteht, verläuft die Dönerbestellung zumeist simpler als ein Buchstabilwettbewerb der Walddorfschule. Und sobald man das Schweigen der Lämmer in den Händen hält und behutsam nach Hause transportiert, indem man den Döner dick einpacken lässt, ihn im Auto auf dem Beifahrersitz anschnallt und die Sitzheizung einschaltet, ich weiß, ich werde mal ein guter Vater, bleibt nur noch eine Schwierigkeit. Das Essen des Döners selbst. Denn selbst nach tausenden von gestempelten Döner-10er-Karten schaffe ich es, doch immer bei jedem Biss in den Döner mehr Inhalt zu verlieren, als das RTL 2 Nachmittagsprogramm am Niveau. Und wenn die Hose dann weiße Flecken hat, die Hände komplett fertig sind, und mal wieder die Tomaten den Suizidrichtum Gehweg antreten, dann sollte man sich allmählich mal überlegen, vielleicht doch mal zum Döner-Teller umzusteigen. Aber irgendwie gehört das Ganze auch zum Erlebnis dazu. Genauso wie die Schärfe des Döners. Wenn du auch nur einmal den Fehler machst, selbstbewusst einen Döner mit viel Schärfe zu bestellen, hast du das Gefühl, die Hölle höchstpersönlich im Mund zu haben. Schon oft hatte ich dann das Gefühl, dass meine Zunge bald weggeätzt ist. So heiß wird es nicht mal bei 40 Grad höchstsommerlicher Außentemperatur in meinem Dachgeschosszimmer, es sei denn, ich habe Damenbesuch da. Und jetzt entschuldigt mich, ich habe beim Erstellen dieses Videos jetzt irgendwie sehr viel Hunger auf einen Döner bekommen, und falls ihr nun auch Hunger auf einen Döner habt, habe ich nun ein besonderes Special für euch. Geht doch gerne in die nächste Dönerbude eurer Wahl und bestellt unter dem Code Hashtag ungeschminkter Backstream einen Döner. Und ihr erhaltet nur dank dieses Videos hier exklusiv 5% mehr Schaf dazu beim Kauf eines Döners. Also unbedingt zuschauen, ja, 5% mehr Schärfe. Links zu meinen sozialen Netzwerken und Disco-Server findet ihr dann noch in meiner Beschreibung. Gerne könnt ihr mich auch mit einer Mitgliedschaft unterstützen, und ansonsten freue ich mich einfach wieder hier zu sein. Es macht echt immer wieder Spaß, was aufzunehmen. Und falls, danke für eure Geduld, macht es gut. Euer ungeschminkter Backstream. Broadcast yourself, broadcast together. Im Out. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.